Wir sind die drei Fragezeichner. HeydickTV im Auftrag von Mr. Bitchcock. Er war eine hagere Gestalt, fast wie eine Art Kobold. Die NWO ist das Kernelement einer weitverbreiteten Verschwörungstheorie. Das ist ein Märchen. Ein Hirngespinst von ein paar Fanatikern. Ich bin von der Polizei und nicht anderswohl. Jetzt reicht es! Wir sind überall.